Du hast Mundgeruch. Stimmt doch gar nicht. Doch, du auch. Und du kannst es sofort rausfinden, indem du einfach deine Handrücken einmal mit der Zunge ableckst. Junge, ich wäre auf jeden Fall jetzt gerne die Hand gewesen. Mach das doch mal. Mach es mal mit. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt wartest du nämlich 10 Sekunden und in der Zeit ist es so, dass es ein bisschen antrocknet und so weiter und die, ne, ich will gar nicht sagen. Und dann riechst du einfach mal dran. Du wirst überrascht sein, genau so riechst du aus dem Mund. Und also achte vielleicht auf deine Mundpflege und vergiss nicht deine Zunge zu putzen, wenn du deine Zähne putzt.